Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich würde sie mir schnellstmöglich ansehen. Ach weh. Wied. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Ich glaube, man hat einen Spion. Das ist doch ein Lächeln. Bitten Sie Ihre Familie und verhören Sie sich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ist der Trupp bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der psychische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, dass es dünne. Heute ist einer dieser Tage. Begen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Ah! Ihr seid ja nicht. Wir haben ein Problem. Wir sind geimpft. Wir haben unsere Kontakt. Wir haben die Echtungen ausges blacks. Die Echtung. Wir haben die Echtung. Also, wir sind nicht mehr. Wir befinden uns in der Cour, eine Woche die Aufmerksamkeit. Ich muss mich aufhören. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollpunkte. Was zum Teufel! Was zum Teufel ist, was zum Teufel ist, was zum Teufel ist. Je suis trop explosée. Je suis trop explosée. Juist! Juist! Je vais vous donner un coup de main. On doit atteindre la porte nord et placer la charge. Je vais de l'inconland. Je suis trop en balle. Allez, Rousseau, il faut atteindre la porte. Sainte, je vais pas te faire des coups maintenant. Je suis trop en balle. Allez, on prend, on se lit à la porte. C'est là pour l'inconlander. Non, non, non. Lange! Ils vont nous subverger! Concez vers la porte! Flucht ravi! Concez vers la porte, Russo ! On n'a plus beaucoup de temps! Wir haben die Begröryll im Kopf gemacht. Ich habe diese Begröryll. Achte sich im Kopf! Kilde Korte! Sie haben die Börse be��. Achte sich im Kopf. Und dann schiep ich die Börse! Ihr wurmet den Börse! Die Börsebeben sind im Kopf! Und dann schieren wir uns! Die Börsebeben sind wir uns der Börsebeben! Hört der Börsebeben! Ich habe noch eine letzte. Es sei ihm klar! Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheit für mich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Jetzt geht's mit ihr und deinen Hohen zu spielen, Daniels. Wir sind in der Zeit. Wir müssen gehen. Lass uns nicht mehr auf die Tür. Wir sind bereit. Das ist ein Schädel. Los geht's! Wir müssen uns! Wir müssen uns nicht mehr aufbauen! Wir müssen uns nicht mehr aufbauen! Wir müssen uns nicht mehr aufbauen! Für den Fähnen! Je ne leit nach Hause! Trouvez vos cibles! Lass die vor Ort, die Gidee! Forfairiee! Blankez-vous! One-Nacht! Restez à couvert ! Pat ! Pat ! Dibat ! Allez ! Putain, je s'empreuse ! Avancez ! Avancez ! Machen Sie noch! Ach ow du Lloyd B scanner Machいい! Ailleille, Ailleille, Ailleilleille Er ist bloß! Das ist ein Schluck, die Spanke! Der Schluck, den Scherrack! Der Schluck, der Schluck! Disperte! Der Schluck, Arsène! Die und Schluck! Bein Volontai! Der Schluck, der Schluck! Das ist ein Wettbewerb! Relais! Relais! Suivez-moi. Encore des boches à l'intérieur, on doit les éliminer! Tenez, prenez ça. Russo, lancez un fumigène! Nettoyez l'entrée et bouclez le bâtiment! Leur renfort arrive bientôt. Réveillez-le! Très bien, faites-le! Réveillez-le Zones zu verabschieden! Zones zu verabschieden! Zones zu verabschieden! Zones zu verabschieden! Wir werden hier einbauen. Sparate! A-T-E-A-S-A-S-A-L! Hey! ... Zones zucribe! Ok, gut! Wir haben die Gefängnettung! Les Allemands seront bientôt là, on les verra arriver d'ici S'ils s'approchent, on balance des Molotov La ville tout entière s'est soulevée, on y est presque Ils balancent des fumigènes dans la rue Les voilà, Daniel vise le chauffeur Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée Les mitrailleux Tu les éloignes du pont Lance flamme, commence ! Élimine le lance flamme Les mitrailleux, on y va, on y va, on y va Les mitrailleux, on y va, on y va Neutralise la tourelle du lave-trat Grenade ! Tente une percée, faut que tu prennes tes Molotov On balance une grenade ! On balance une grenade ! J'ai une Panzertrex ! Et je ne fais rien Balanche il n'y va plus ? J' qualidade Tentiné ! wegx sur la Douai, on y va, on y va pullet Je fiche la toux... Die Körle sind in der Flucht. Die Körle sind in der Flucht. Die Körle sind in der Flucht. Daniel, ich bin der Flucht, für dich! Das ist ein Schreck! Das ist ein Schreck! Haltstrak, in der Branche! Allein, allein! Daniels, fange das Panzerschreck und schütte den Haltstrak! Drittel! 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 Sie waren in der Strakke! Sie gewonnen! Sie waren in der Strakke! Sie haben gewonnen, Daniels! Nach der anderen! Gegenüber der Strakke! Vigtson ist vor! Buckex, neue��er. – Fuck! – Ja, das ist er. – Ich bin es, 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 ich bin es. – Ich bin es, ich bin es, ich bin es, ich bin es, ich bin es. – Ich bin es, ich bin es, ich bin es. – Ich bin es, ich bin es, ich bin es. – Wir creation haben, wie wir jetzt zum Champagner und Ducaviar haben. – Hey Daniels, du pensst, um uns, Frau zu finden, wenn du sie 좋은 sehen, das ist, das Gefühl, wie sie,Boat. G.I.? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La Ville Lumière. Enfin, voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Frolet ? On peut plus reculer. La France a repris Paris. Euh, c'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson. Laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu personne sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin.